Das ist meine Lissi. Keine Angst, Kleiner Willi. Du bist in Sicherheit. Geht's dir da drin gut, mein Kleiner? Meier meint dies, nicht mich. Toll, du hast es mal wieder kaputt gemacht, Willi. Gar nicht wahr. Das war der kleine Willi. Oh nein, weg hier! Willi schläft. Was ist das denn? Jedenfalls kein Willi. Pass bloß auf, Maja. Ich glaube, das ist ein Eidechsen-Baby. Das ist ein großes Baby. Nein, ich bin Maja. Ich bin nicht deine Mama. Komm schon raus. Willi ist doch total süß. Tja, und ich bin auch ein Willi. Da wirst du mir doch nichts tun, oder? Also Riesen tust du eher wie ein Balli und nicht wie ein Willi. Nein, 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 nein. Nicht so viel da. Endlich sind wir dieses unrunde Ei los. Willi! Willi! Wo willst du denn hin? Lass uns hinterherfliegen. Der Kleine kennt sich nicht aus. Willi! Willi! Willi, pass auf. Hier fliegt ein Vogel herum. W우ah! Ah! Wo habt ihr die Schale her? Das ist meine... mein Ei. Wo ist denn? Willi! 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 Wir haben keine Lissi. Nur einen Willi. Da ist Willi doch. Was redet ihr da? Oh je. Wo ist mein Baby? Es ist weggerankt. Mama? Äh, Lissi? Meine kleine Lissi. Nein, Mama. Na dann komm, meine kleine Lissi. Mama. Das ist ein Mädchen. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist.